Ich heisse Charlotte Link, bin jetzt zur MAD aufgewachsen und bin schon seit klein auf Ski-Fahrer und bin jetzt immer noch aktive Ski-Rand-Fahrerin. Meine Kollegen kennen mich schon seit klein auf und ich kann einfach mit ihnen sein, wer ich bin und das macht einfach Spass. Wenn ich viel unterwegs bin und dann wieder auf die Zermatt komme, bin ich erstaunt, wenn ich jedes Mal denke, der Berg ist gleich krass. Obwohl ich es eigentlich schon kenne und denke mir, ja, es ist einfach jedes Mal etwas anderes. Zermatt ist für mich ein Ort, wo ich eigentlich Ferien habe, weil ich nicht trainieren und keinen Wettkampf habe. Und da erholen mich eigentlich am meisten. Man ist befreit, man konzentriert sich auf das Hier und Jetzt und es gibt nur diesen Moment. Ich finde das Zermatt unglaublich schön, wenn man oben auf dem Berg ist, dass einfach das Matterhorn ganz allein dasteht. Und das ist sicher etwas, was einzigartig ist.